Musik Das mal im Rahmen einer Investorskala, nicht einem Börsentag oder einer Messe, nein, ganz einfach mal in einem aufgelockerten Rahmen mit einem Drei-Gänge-Menü, mit Show-Acts dazu, aber trotzdem einem Trader-Talk oder auch einem Oliver Roth, der zu MeFit was sagt, zu Brexit was sagt. Das ist Information ranholen, das ist wahres Netzwerk. Investorskala sind immer spannend, ich denke vom Anlegerhintergrund, mal schauen was es Neues gibt und bei so einem Publikum, vor so einem tollen Kulissen, ich denke das kann man immer mitnehmen und ich denke es ist etwas ganz Besonderes heute hier in Frankfurt, anwesend sein zu dürfen. Ich bin nur die nette Begleitung. Sie lässt mich gut aussehen. Wir haben also ein ganz großes Event heute und die Möglichkeit untereinander uns mal auszutauschen. Wir werden gute Leute kennenlernen und Spaß haben. Es ist glaube ich ja das erste Mal dieses Event und wir sind aus Stuttgart dementsprechend. Das scheint ein sehr, sehr netter Abend zu werden in der angenehmen Atmosphäre. Bis zum nächsten Mal. Das ist etwas, das die Leute zusammenbringt und die haben Spaß, die haben ein paar Getränke, die haben neue Informationen und dann können sie sich endlich kennenlernen. Das ist etwas, das die Leute zusammenbringt und die Leute zusammenbringt und die Leute zusammenbringt. Das ist etwas, das die Leute zusammenbringt und die Leute zusammenbringt. Das ist etwas, das die Leute zusammenbringt und die Leute zusammenbringt.